Es ist immer kurios, wenn Verwaltung was ausprobieren möchte, ist es hilfreicher, wenn man von externen Unterstützung zu diesem Thema bekommt, als wenn man intern versucht, da den großen Coup zu landen. Und da muss man ganz ehrlich sagen, mit dem Erfahrungswissen, was PICTURE uns geboten hat, und auch den Erfahrungen in den anderen Verwaltungen, also sprich eine Community dahinter zu haben, mit der man sich auch mal austauschen konnte, das war eigentlich für uns ein überzeugendes Konzept, wo wir gesagt haben, das machen wir, das möchten wir gerne den Verwaltungsvorstand dann auch präsentieren. Ja, und PICTURE war eigentlich von Anfang bis Ende, Ende ist jetzt falsch ausgedrückt, aber man hat natürlich eine gewisse Projektlaufzeit dabei und hat uns sehr gut unterstützt. Und ja, heute sind wir eine Verwaltung, die anderen Hilfestellungen geben kann. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, keiner ist eigentlich alleine da, keiner muss alleine durch solche Situationen durch. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit von mir zu sagen, lasst uns bestimmte Sachen einfach gemeinsam machen. Und dieses Einfachmachen, das ist der sprengende Punkt.